. 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 Danke schön, tschüss! Moin moin, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr gerade gesehen habt, kam der Postbot und hat mir einen Weg schon erwacht. Danke ihr nochmal, dass du dann den Postboten gespielt hast. Ich habe hier ein kleines Paket bekommen, das möchte ich euch heute gerne vorstellen. Das ist von LR Hall & Beauty. Viel Spaß mit diesem Video. Und zwar, ich bin seit drei Tagen Partner von LR Hall & Beauty. Habe jetzt so einen Zettel bekommen. Sehr geehrter Herr Wolf, wir freuen uns hier als neuen Partner von LR Hall & Beauty begrüßen zu dürfen. Als LR Partner haben wir ab sofort die Chance, sich über den Aufbau eigener Vertriebsstrukturen und den Verkauf unserer hochwertigen Produkte ein attraktives Zusatzeinkommen zu verdienen. Nutzen Sie das Potenzial, dass das LR Geschäft wirkt? Sprich, LR ist eine Firma, die hat hochwertige und doch sehr preisgünstige Beauty, Kosmetikprodukte, vieles mehr. Und ich habe bis heute mal ein Paket bekommen. Ein paar Sachen, glaube ich. Und ich bin da vielleicht gespannt. Mal gucken. Wir machen den Karton mit einmal auf. Was mir zuerst entgegenkommt, ist eine Willkommensmappe von LR. Dort ist enthalten einmal der Karrierepass, einmal die Kollektion 1,22. Dann gibt es hier noch einen Gutschein von LR. Dann noch einmal die Partnereinkaufspreisliste. Upgrade Your Life, LR Geschäftsvorstellung. Der Partner für eine erfolgreiche Karriere. Das ist ein Katalog, was man mit LR erreichen kann zum Beispiel. Die haben seit Jahren eine Kooperation mit verschiedenen Autofirmen. Sprich, man kriegt ein Auto. Genießt. Mega interessant, was hier alles so drinnen steht. Einer der größten Direktvertriebe Europas. Seit immer 35 Jahren erfolgreich im Markt. 1.12 Mitarbeiter, Produkte made in Germany. In 28 Ländern erfolgreich. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall schon mal was Ansprechendes, was hier alles schon drinnen ist. Dann ist in der Mappe noch ein Jahresabonnent Partnerantrag. Dann einmal das Erstbestellungsformular. Lebenslanger Rabatt von 20% auf alle LR Produkte. Persönliche Ansprechpartner für alle Fragen. Teilnahme am Prämienkundenwerben. Prämienkundenprogramm. Das ist ein Antrag. Dann haben wir einmal die LR Connect. Das ist ein kleines Telleschen, wo man die LR Connect App unterladen kann. Dann haben wir hier einmal eine Namensliste. Sprich, wenn man zum Beispiel ein Kombi ist und man hat so einen Aussteller, dann kann man diese Produkte, die ich jetzt bekomme oder die es in der Firma gibt, kann man zum Beispiel präsentieren, neue Kunden werben. Und dann vielleicht auch, ich habe jetzt noch ein bisschen viel reingeguckt. Vielleicht gibt es auch neue Partner. Oder Prämienkunden. Bei denen gibt es ja immer die Namensliste. Dann haben wir jetzt hier einmal das, ihr Start bei LR. Der praktische Einsteigerleitfaden für einen erfolgreichen Auftakt im LR-Geschäft. Man bekommt die Dokumente. Bekommt man teilweise alles schon per E-Mail oder halt per Post. Hammer ist das. Werden Sie Junior Manager und sichern Sie sich Ihr LR Fahrzeug. Qualifizieren, Auto auswählen, Gas geben, Zuschuss sichern. Exklusive LR Vorteile, garantiert 0% Anzahl und exklusives Branding von LR. 10.000 Kilometer im Jahr inklusive Autofrei konfigurierbar. Autofarbe schwarz oder grau. Sensationelle Leasingrate plus Bonuszuschuss für 110 Euro. Upgrade your life LR Karriereplan. Gibt es zum Beispiel auch einen Karriereplan gemacht, also von nun anfang, was man dann in ein paar Jahren damit erreichen kann. Dann fangen wir immer mal in den Karton an. Starbucks My Little Peppery Lies. Heißt, ihr könnt in dieser Broschüre sehen, was es für Parfümen für Männer und Frauen gibt. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt verschiedene Düfte. Ganz voller Auftritt. Das ist jetzt ein Beispiel davon, was es tatsächlich auch geben würde. Dann haben wir hier einmal Zellessenz Regeneration. Pulver trinkt für die Zellenregeneration. Das ist ein Pulver. Versorgt die Zellen mit Regenerationsnährstoffen, unterstützt die Zellenteilung und die DNA sind hier. Dann haben wir einmal ein zweites Zellessenz. Food. Pulver trinkt für die Nährstoffversorgung. Versorgt die Zellen mit Basisnährstoffen, bildet die Basis für die Zellengesundheit, schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Nahrungsergänzungsmittel mit Gemüsepulver, Moringa, Vitaminen und Minereistoffen. Natürlich ist Aroma mit Süßungsmitteln. Okay. Dann haben wir hier einmal eine Aloe Vera Handcreme. Wir testen jetzt mal aus. Man riecht auf jeden Fall den Aloe Vera Anteil. Ist gut gegen trockene Hände oder auch im Winter, wenn man mal ritzige Haut hat, so wie ich an den Fingern, dann kann man so eine super Handcreme einfach schnell auftragen. Ist schnell eingezogen. Oh ja. In jeder Fingernfall sehr gut. Dann haben wir jetzt einmal hier Aloe Vera Drink. Traditionell Honig. Das ist wahrscheinlich wohl für die Gesundheit. Leife Teig. Ich weiß ja nicht, was das genau ist. Flüssiges Nervusergänzungsmittel mit Vitamin C und ordentlich. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall gleich mal ein Glas holen und dann probieren wir das auch mal. So, ich habe mir auf jeden Fall mal eben eine kleine Tasse geholt. Jetzt wollen wir es auch mal ausprobieren, gucken mal wie das schmeckt. Dreimal täglich, drei Milliliter entspricht, drei Versuchskanten einnehmen. Am besten für die Mahlzeit, mit Wasser oder Fruchtsaft. Da steht billig und gut schütteln. Wir sind ja jetzt nicht mal gespannt, wie das schmeckt. Dann sollen wir es dreimal täglich machen. Man, das riecht schon mal? Den Honig. Drei Verschuss, also eine Verschusskappe. Schau dir mal da an, das ist ja richtig braun ist das. Das ist eine braune Soße. So, das war glaube ich eine Wasser draufsteht. Jetzt kommt aber eben, wie gut, dass ich noch Wasser da habe. Das ist einfach eine bräuliche Tönung. Jetzt wird man irgendwie so einen Tee trinken. Boah. 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 Das Trinken hat ja noch nicht mal Geschmack. Also es ist schwer zu erklären. Aber ist auf jeden Fall nicht meins. Dann kommen wir jetzt einmal Richtung Parfüm. Die Firma hat mehrere Sponsor, mehrere Partner. Wie zum Beispiel Guido Maria Kretschmer. Das ist ein Parfüm von ihm. 50ml. Und jetzt will ich mal gucken, wie das riecht. Außen ist schon so eine schöne Hülle um das kleine Parfüm rum. Heute Parfüm. Ich will nicht nur verführen, ich will berühren. Created for touching hearts. Ein kleines Gefühl. Das gibt noch so einen schönen Aufstellen. Das Vorstellmächte kann man das hier einfach reinstellen. Und dann kann man das zum Beispiel auch so präsentieren. Boah. Meine Leute. Das wird richtig gut von Guido Maria Kretschmer. Das ist auf jeden Fall in einer schönen Hülle eingepackt. Und mit so einem Vlies. Richtig schön. Dann haben wir jetzt ein kleines Parfüm von Bruce Willis. Also ich muss sagen, das erste Parfüm riecht schon mal sehr sehr gut. Jetzt kommt das zweite mal dran. Oh. Weil ich bin geschockt von den ganzen Parfüms. Hammer ey. Ich möchte nicht wissen, was so ein Parfüm von Bruce Willis und was Kausladen kostet. Zum Laden. Zum einen kann man dann hier innen drin noch enthalten. Das ist auch ein Nahrungsergänzungsmittel. Aber ich dachte, das ist eher so ein Mutenspray. Und das stützt das Immunsystem. Gucken wir mal, wie das ist. Jetzt müssen wir jetzt eine aufmachen. Wenn ich weiß, wie das geht. Ich bin nicht gut in Sachen aufmachen. Mit Vitamin C, Vitamin E und Süßungsmittel. Ach, das macht man in den Mund. Ja. Einmal bis das ist sehr säuerlich und dann wird das irgendwann auch mal süß. Dann haben wir jetzt, wie das jetzt aussieht, wahrscheinlich auch noch mal Handkeller mit Aloe Vera und Bio-Oliven-Extrakt. Gucken wir auch nochmal rein. Das ist wahrscheinlich okay. Okay. Man sieht schon die Aloe Vera. Ja, Aloe Vera. Hä? Aloe Vera. Okay, nochmal was hin. Ach, jetzt. Auf der Hand. Ich hoffe, es ist Handcreme und nichts wie die Zähne. Was ich jetzt haben, hast du auch für die Hände benutzt. Also man merkt, die Creme zieht schnell ein. Man hat weichere Hände. Kein Raum mehr so wie ich. Und dann gibt es auch noch eine Aloe Vera Zahncreme. Wie gut, dass ich eine pinke Zahnbürste dabei habe. Das ist eine Zahncreme. Oh, mal gucken wie die. Ja, das was bringt. Das heißt, ich brauche jetzt auch mal was zum Trinken. Ich muss sagen, die Zahnpasta schmeckt einfach nach gar nichts. Man hat zwar keinen Geschmack, wenn man sich die Zähne pulst damit. So, wenn man die Zahnpasta ohne Wasser nimmt, dann schmeckt man die Zahncreme. Dann haben wir jetzt hier einmal einen Skinspezialist. Das ist im Karton, da sind jeweils dreimal Handcreme drin. Von LR. Einmal haben wir hier Emergenzi Spray. Dann haben wir hier einmal, ein, zwei, dreimal Hautpflegemittel. Das heißt, einmal Gänzchen heißt, glaube ich, blutfeiner. Und einmal eine Hautpflege mit Prolles, natürlich aus Kaminwabe. Ich glaube, das probieren wir jetzt mal nicht aus. Weil ich habe jetzt bestimmt schon ein Kilo Handcreme auf den Händen und die anderen Creme. Und jetzt würde ich mal sagen, kommt wahrscheinlich eher in jetzt das Highlight. Und zwar, es gibt von LR eine kleine Starbox. My Little Pfeffamy. Das heißt, eine kleine Parafil-Auswahl. Und jetzt nochmal. Wenn ich frage, ich mache... Jede Menge Männer-Prefün, Frauen-Prefün zum Testen, natürlich auch noch diese Teststreifen hier. Ich würde jetzt mal sagen, wir probieren jetzt einmal was für Frauen aus, dann einmal was für Männer aus. Mal gucken, was davon besser riecht. So, ein paar Teststreifen abgeknüpft, das Brügel einfach mal. Das grüne aus, das ist ein kleines Grünes, zu testen. Wie macht man das denn so? So. Ein Jongel, ne? Boah, das riecht aber gut. Ich bin ja wirklich ein Parfümen-Fan. Oh ja. Wenn wir jetzt auch Männer, dann würden wir es einmal von den Frauen hier probieren. Wir probieren jetzt mal... Hawaii. Es gibt sogar... Ja, von Hawaii. Leute, ihr müsst... Wenn ihr wirklich Interesse habt an den L&R-Produkten, dann schaut unbedingt auf meinen Partner-Shop vorbei. Der ist ganz unten verlinkt. Dort gibt es wirklich eine riesengroße Auswahl für ihr Mann oder für die Frau. Es gibt auch nicht nur Beauty-Produkte, sondern auch andere Produkte. Wie so House, Wellness, dann gibt es noch was... Es gibt auf jeden Fall verschiedene Sachen, die man bei L&R nachschauen kann. Wie gesagt, links unten dort einfach draufklicken. Und es gibt aktuell gerade sehr, sehr viele Rabatte, sehr, sehr viele Sales auf verschiedene geile Sachen. Ich möchte euch da nicht vorenthalten. Schaut gerne drauf, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen... Ich hoffe, ihr hattet das Video gefallen. Wenn ja, lass ein Abo da. Anklickt die Glocke. Schaut gerne bei L&R vorbei. Die Website ist unten auch verlinkt. Und ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und bis dann. Tschüss.